Das bayerische Lebensgefühl ist grenzenlos und niemand verkörpert das besser als unsere kreativen, weltoffenen Bayern-Botschafter. Deswegen schicken wir sie auf einen Kulturaustausch mit Gleichgesinnten im In- und Ausland. Weil Zusammenhalt wichtig ist, weil das Kennenlernen Spaß macht, weil der Blick über die Grenzen inspiriert und weil Bayern damit noch ein bisschen vielfältiger wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017